Ungeheuer, guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer kleinen Roomtour. Wir hatten es ja schon mal im Video angesprochen und jetzt wird es auch gemacht. Paluten und Herr Bergmann schlafen eine Woche hier und wir wollten euch einfach zeigen, wie hat sich das Let's Play Zimmer und wie hat sich meine restliche Wohnung verändert, dadurch, dass jetzt zwei Leute hier übernachten und auch mit aufnehmen und zocken. Und deswegen nehme ich euch einfach mal mit auf eine kleine Advanced Roomtour und dann gucken wir einfach mal, die beiden schlafen, deswegen müssen wir leise sein, weil die schlafen natürlich den ganzen Tag so richtige Penner. Deswegen, pscht. Okay, da liegen die beiden schon. Da liegt der Paluten. Da ist der kleine Bergmann, hat hier noch einen Kaffee getrunken, heiß. Irgendwas von Kams. Ja, die sind echt müde. Immer nur am Pennen, typisch, typisch. Aber die haben sich hier, oh, da klingelt es gerade. Guck mal, was ist denn, wer ist denn da? Hallo? Ach, den hat. Ich filmte gerade. Ja, ich wollte gerade so eine kleine Roomtour machen. Das habe ich im Video gesehen, deswegen wollte ich kommen. Ach so, ja, ich wollte so eine kleine Roomtour machen von Herr Bergmann und Paluten, die die ganzen Schreibtische aufgebaut hat. Nee, wir haben gerade gezeigt, wie die so pennen. Ach so, okay, okay. Willst du mit reinkommen? Ja, ja, klar. Okay, dann kommen wir mit. Schuhe aus natürlich, ne? Ja, zieh mal die Schuhe aus hier. Hier sieht man noch Katies Tasche. Ja, wir gucken einfach nochmal das Zockerzimmer, ne? Ja, ja, das soll da rein. Okay, ja. Willst du vor? Mhm. Dann gib dir vor. Yeah. Ah ja. Ja, wie immer sind die am Arbeiten, ne? Typisch, typisch. Typisch, typisch, ja. Sind halt... Setz dich mal bei dir ran, ja? Ja, setz dich mal hier. Ja, der Paluten, der macht gerade ein Thumbnail. Was machst du gerade? Mario Party? Genau, wo du mir die schöne Respektschelle verpasst. Das Video kommt heute noch, ne? Ja, heute um 19 Uhr. Wenn das Video draußen ist hier, das ist wahrscheinlich um 19 Uhr, ein bisschen später als 19 Uhr draus, dann könnt ihr das Video schon gucken. In der Beschreibung steht der Link. Ja, den guckt sich hier natürlich auf den besten Kanal um. Ah, was läuft bei dem? Ich hab so kleine Boxen gerade drin. Und hier, Herr Bergmann, was hast du? Wie lange arbeitest du schon in den... Wie lange arbeitest du... Ah, du schreibst einen Kommentar. Ja, hör mal kurz auf, bitte. Ja, okay, ja, ich filme dich nicht. Ich filme es nicht, ich filme es nicht. Nein. Scheiße Folge. Also ehrlich, du bist der arroganteste... Hör mal auf, hör mal auf, das ist eine Überraschung. Okay. Ja, so sieht das aus hier im Let's Playzimmer, wenn hier so eine LAN-Party gemacht wird. Es sind hier die PCs aneinandergereiht. Wir nehmen den ganzen Tag auf hier die ganzen Mikrofone. Ja, und hier, die Jungs, die den ganzen Tag am Arbeiten, fleißig, fleißig. Da ist keine Zeit zum Schlafen. Ihr könnt euch mal erzählen, was ihr so macht gerade. Und ja, ich hoffe, euch hat die kleine Loon-Tour gefallen. Die kleine LAN-Party-Loon-Tour. Und was hast du so geschrieben, Dehner? Ich finde den Dehner toll. Alter, wie viele Kommentare schreibst du? Okay, die Kommentare könnt ihr euch haben. Curry King? Nee. Okay, Leute, hoppala, verkehrt rum. Hast du schon die LAN-Kabel und sowas gezeigt? Die LAN-Kabel, oh, zeige ich auch nochmal. Wir rücken mal zurück. Also haben wir hier ein LAN-Kabel halt, ne? So lange gezogen von hier rein bis... Arthur hat hier gezogen, ey. Wie sieht das gerade Dr. Freud an? Ich habe nichts gezogen. Das war ein anderes. Auf jeden Fall, hier unten runter haben wir die ganzen LAN-Kabel, damit jeder PC hier verbunden ist. Ja, ein paar Looten. Ja, hallo, guten Tag. Was geht ab, Herr Bergmann? Ey, wie scheiße sieht das denn aus? Guck mal, wie gestreckt ich hier schon wieder bin, Alter. Du bist doch nicht gestreckt. Natürlich, so sehe ich doch nicht aus. Natürlich siehst du so aus. Das ist von meiner Selber sind die Dinger. Ich habe gedacht, als wir nach Film fahren können wir mal irgendwas beruhigen oder so machen. Kannst du mal ein bisschen füreinander finden? So geht das hier jeden Tag. Oh, okay, okay, Leute. Weil es dich gefeinert hat, dann lasst du... Ja, tschau.